Kurzbotschaft Christkönig Totensonntag Die Amsel hat sich gezeigt, wie stimmig ist das denn? Sie ist auch der schwarze Druide genannt und immer ein Mittler zwischen Himmel und Erde und wünscht dir folgendes. Himmelsschau und Erdenleben öffnet dich für das Licht des Himmels heute am Christkönigtag. Und die Schönheit der Erde, Freude und Glück erwarten dich. Ja, sie ist auch ein Überbringer von positiven Nachrichten. Die liebe Amsel aus dem neuen Kartenteck, das Orakel der Vögel von Gene Ruland und von der lieben Petra Kühne, das letzte Deck, was Gene Ruland gestaltet hat, mitgestaltet hat über den Schörner Verlag. Namaste, clear.